Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minivar, mit dabei ist wieder der Kleckser. Hallo. Ja, ich würde sagen, gut geht. Raus, ne? Ja, wir gehen jetzt direkt drauf. So. Okay, bist du schon drauf? Ich sehe ich noch nicht. Nee, bei mir ist auch da noch Connection to the server. Sag, wenn du drauf bist, ich gehe lieber raus, sonst... Logging in. Ah, jetzt bist du drauf. Ich bin nicht drauf. Ja. Gut. Dann nehmen wir jetzt gleich hier noch das Lapis mit. Ja. Ja, wir müssen nochmal irgendwie random verzaubern, das ist erstmal wichtig. Ja. Okay. Also alles Schutz 1 wäre natürlich ganz nice. Ja. Und dann müssen wir noch endlich die Dias finden. Ja. Ja, wir können... Wir haben überhaupt kein Glück. Ja, wir sind Höhe 25, wir müssen noch ein bisschen höher. Nachher runter. Echt voll geschwert. Kacke. Hier ist noch Gold. Achtung. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Der Sound bei dir ist voll laut. Oh, mein Inventar ist voller Müll, ne? Ist nicht gut. Ja. Das ist schon so voll, dass du kurz ins Gold hier hinpasst. Hm. Wir brauchen dringend Toren. Ja, unbedingt. Wir könnten hier beim Wasser runter, weil hier ist auch nichts Großartiges. Ja, wir müssen irgendwo hier runter. Irgendwie hier ist nichts, oder? Nee, nicht, dass ich wüsste. Wow. Okay, dann müssen wir hier weiter. Nee, hier können wir nach oben, aber... Ich weiß nicht. Wir können jetzt noch... Oh! Oh! Das war jetzt ein Herzinfarkt. Oh, da ist noch Gold. Wo bist du? Ich bin hier. Okay, also hier geht's nicht mehr weiter, hab ich schon geguckt. Na, da unten waren wir. Können wir hier? Ich geh grad hier. Ah, hier geht's runter. Sehr gut. Oh Gott, Creeper. Kill mal eben, ich geh. Ach, Gott. Ah. Oh, da jointet uns jemand nach. Oh, die Mini-Zombies, oh man. Also die Mini-Zombies waren das nervigste, was die einbauen konnten. Ja, mitspinnen. Ja, mit Spinnen. Jemand Bock auf 1991? Ach so, eins gegen eins. Ich hab die... Ich hab die als neun gesehen. Oh man. Eigentlich nicht so. Zwei gegen eins wäre natürlich ganz nice. Aber eins gegen eins. Wir könnten jetzt auch ne asoziale Taktik machen und dann sagen, ja, machen wir dann zu zweit auf den Gen. Theoretisch wär's für uns legal, aber scheiße. Ja. Okay, wir sind wieder da. Okay. Ich werd ganz los gestört, also ich würd sagen, wir gehen wieder drauf. Jo. Wir können uns doch direkt wieder bewegen, oder? Nee. Lol. Als ob wir uns jetzt noch nicht bewegen können. Wenn wir jetzt die Zeit verlieren, ne, dann ist es natürlich nicht so. Nö, das sieht aber so aus. Wollen wir einfach mal die asoziale Aktion machen, oder nicht? Du könntest gerne versuchen. Ja. Okay. Also, ich würd sagen, wir gehen raus, aber dann müssen wir uns jetzt beeilen. Ja, hier kommen wir hoch. Achtung, da oben ist ein Creeper. Okay. Der Nachteil ist halt, dass man hier nicht vorproduzieren kann. Oh. Dass man hier halt nicht vorproduzieren kann, deswegen könnten wir jetzt gleich keine Folge mehr aufnehmen. Ja, passt schon. Danach haben wir sowieso genug Stuff, wenn wir den töten. Ja. Achtung, Creeper. Wenn der Full Deer ist, dann wär's natürlich nice, aber ich glaub eher nicht. Also, für uns wär's nice, wenn wir ihn kriegen. Diese Creeper, Alter. Wie viel Leben hast du noch? Äh, sieben. So, ich dachte schon. Wo kommen wir wieder raus? Ich hab keine Ahnung. Wie wär's, wenn wir uns hochbauen? Also, so, Treppenförmig noch hoch. Ja, können wir machen. Ich überleg grad. Oder wir müssen ja einfach nach oben einen Weg suchen. Ich hab hier gerade schon... Hier ist Wasser. Ja. Hier können wir nach oben kommen. Hier geht's weiter nach oben. Und ich brauch grad Essen. Hast du noch was, oder...? Warte, ich muss ganz kurz hier mal rein. Ah, hier. Ich bin blind. So. Ich hör hier ganz viel. Ja, hier sind grad Zombies. Ich komm einfach nicht nach unten. So. Oh Gott, kacke. Okay. Weiter nach oben. Ist hier schon die Oberfläche? Nice. Oder ist das nur ein Grafikfehler? Muss ein Grafikfehler sein. Na, stimmt auch. Wir sind... Okay. Eigentlich. Nee, das... Hier oben ist schon die Oberfläche. Komm mal. Da, wo ich... Ah, da, ich seh's. Ja, ich würd sagen, da können wir uns hochbauen. Zumindest mach ich... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Fuck. Ich wurd grad... Ich bin tot. Wieso bin ich tot? What? Was ist... Was ist passiert? Ich wurd durch nichts angegriffen. Hä? What? Also, mich haben drei Spinnen runtergekickt. Das weiß ich. Danach hatte ich noch fünf Leben und dann hab ich einmal Schaden bekommen und dann war's das. Geil. Nein, nein! Oh, ich hab nur noch zweieinhalb Herzen. Wenn wir jetzt sterben, ne? Wenn ich jetzt sterbe, ne? Dann sind wir beide einfach tot durch Mobs. Scheiße. Ich hab meine Sachen, weil dann kannst du dir den Schaden des Dreischwert machen. Ja, das stimmt. Dann nehm ich jetzt deine Sachen. Kacke. Schon wieder durch den Mob gestorben, das ist doch scheiße. Kacke. Oh, Mann. Kacke. Ja, dann nehm ich das alles Wichtige mit. Ach, Mann. Die Skelette, das ist... Ja, jetzt bist du komplett weg. Ich hab keine Ahnung, ob ich das schaffen werde. Boah, ich will das scheiß Schwert haben, aber... ...der gibt mir das nicht. Dann gucke ich mir deine Folgen halt, äh, auf YouTube an. Okay. Das ist jetzt natürlich... ...kacke. ...kacke. Ja, ich will das nicht ändern. ...kacke. 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 Der Typ. Mhm. Der, also, seine Zeit war vorbei. Achso. Ich hab noch fünf Minuten. Ach, kacke. Oh, Mann. Doof gelaufen. Ja, gut. Passiert, ne? Ja. Lässt sich jetzt auch nie ändern. Hm. Sie sind noch was Wichtiges, was du hattest? Nee. Ich hatte noch die sechs Diamanten. Ja, die hab ich. Doof gelaufen. Hm. Okay, dann, boah, ich erst mal so ne kleine Base. Jo, mach das. Ah, ich hab jetzt Schäfe 3 Schwert. Scheiße. Ja. Maaann, das ärgert mich. Hm. Komm, ich mach einfach auf Haltbarkeit. Ja, Haltbarkeit ist eins. Tch, 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 tch. Egal. Ich hab keine Ahnung, was ich überhaupt gleich machen soll. Äh. Ja. Ah, wie der Scheiße. Oh, komm. Ich verzauere die jetzt einfach random, egal was da sichtbar ist. Oh, Mann. Ich hab noch nicht heute so ein Level. Naja, lohnt sich ein Dia-Schwert? Äh, geht. Hm. Ich glaub, ich muss mal bald an die Oberfläche. Da ist eh nichts Sinnvolles drin. Ein bisschen Gold. Hm. Hm. So. Jetzt hab ich alles. Wenn ich jetzt sterbe beim Hochbau, dann ist auch egal. Ja. Essen hab ich genug. Okay. Da verabrede ich mich bald mal zum 1 vs. 1. Ja. Ich spiel jetzt einfach so YOLO-mäßig, weil es Teampartner ist, also ohne Teampartner ist halt mega schwer. Ja. Aber wie ist das genau passiert? Wie bist du gestorben? Ich verreiß es nicht. Also, ich wollte den Creeper halt töten, damit ich beim Hochbau keine Probleme hab. Und dann hab ich gesehen, oh, da sind 3 Spinnen. Gut. Haben die mich, äh, da wieder runtergeschlagen, dann hatte ich noch 5 Herzen und dann hab ich Schaden bekommen einmal und dann war ich tot. Hm. Direkt 5 Herzen abgezogen. Anscheinend, ja. Hm. Ich weiß nicht, ob ich's... Ich werd auf jeden Fall in der nächsten Folge einen Kampf machen, ist mir dann relativ egal, vielleicht noch ein paar Sachen verzaubern. Davor, sonst spätestens in der übernächsten. Ja. Wo war die Mitte jetzt noch mal? Vielleicht komm ich ja noch durch einen Enderman, einen Enderperle, weil da ist grad jemand. Sogar mehrere. Okay. Das ist jetzt grad mega schwierig mit den ganzen Mobs. Ich guck die Endermen auch immer an, so dumm wie ich bin. Hm. Habe ich ne Enderperle bekommen? Irgendwo war grad ne Ender... Ja, da unten ist ne Enderperle, aber... Das Skelett-Bow spimmt mich grad. Okay, 30 Sekunden, ich muss die Enderperle noch nehmen. So. Ne Enderperle. Bin jetzt an der Oberfläche, also falls mich jemand killen will, weiß ich nicht. Naja, ich werd mich in der nächsten oder übernächsten spätestens zum Kampf abreden, weil das mega schwierig ist ohne Teampartner. Aber gut. Ja, dann wurde ich jetzt gekickt. Da wird mir immer noch der angezeigt, aber ne. Ne, ist da nicht mehr. Okay. Ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Wir haben jetzt leider keine... Äh, kein Teampartner mehr. Ich weiß nicht, ob du bei den Folgen dabei sein willst. Überlege ich mir mal. Ja, kommt halt auch drauf an, ob du Zeit hast oder nicht. Ja. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Und ja, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.